Musik Aus Afghanistansbergen nach Rom. Die Geschichte meiner Familie ist leidvoll von Verfolgung geprägt, erklärt mir der junge Afghane in gewählter Sprache. Besonders schlimm wurde es jedoch, als die Taliban Mitte der 1990er Jahre die Herrschaft an sich rissen. Sie verfolgten uns Hasara mit großer Härte. Davuds Eltern entgingen mehrmals nur knapp verschiedenen Anschlägen. Die Unterdrückung machte vor keinem Winkel des Alltags Halt. Sein Vater wurde gezwungen, seinen Lehrerposten aufzugeben und musste als Bauer seinen Lebensunterhalt verdienen. Davuds Mutter, die ebenfalls studiert hatte, arbeitete als Schneiderin versteckt in den eigenen vier Wänden. Doch auch nach dem Sturz der Taliban war Afghanistan weiter von entfernt ein friedliches Land zu sein. Bürgerkrieg und Terror gingen weiter. Davud war 16 Jahre alt, als sich für ihn und seine Familie die Lage zuspitzte. Er ging wie seine vier Brüder auch zur Schule. In seiner Freizeit half er dem internationalen Roten Kreuz. Das war in den Augen der Extremisten ein Affront. Sie hatten mich und meine Familie bereits mehrfach bedroht, weil ich eine weiterführende Schule besuchte und Englisch lernte. Immer wieder kam es zu Übergriffen. Gleichzeitig wurden Freunde meiner Eltern und einige Verwandte ermordet. Davuds Eltern versuchten ihren Sohn in Sicherheit zu bringen. Die Flucht wurde rasch organisiert. Mit vier Freunden brach Davud eines Nachts auf, um die Hauptstadt Kabul zu erreichen. Alles ging so schnell, sagt er. Das Schlimmste war die stumme Verzweiflung der Eltern, die dem minderjährigen Sohn ihr letztes Geld mitgaben. Das Geld brauchte er in erster Linie für einen Pass. In Kabul kann man alles kaufen, einfach alles, aber du brauchst Geld. Neben den Pässen wurden ihnen auch Waffen angeboten, aber die wollten die Buben nicht. Auf die Dienste von Schleppern konnten sie allerdings nicht verzichten. Sie wussten, sie konnten die Grenze zum Iran nicht alleine erreichen. Ich war naiv, sagt Davud heute. Ich hatte keine Ahnung, was Flucht wirklich bedeutet. Ich dachte, wir hätten ja einen Pass, das erlaube uns offiziell zu reisen. Das Gegenteil war der Fall. Die kleine Gruppe musste sich zu Fuß durchschlagen. Tage und Nächte lang irrten wir in den Bergen umher. Wir hatten kein Trinkwasser und keine Lebensmittel. Aber wir sagten uns, wir haben es sicher bald geschafft. Einmal am vereinbarten Übergang angekommen, sah Davud, dass rund 150 Burschen und Mädchen warten, um über die Grenze zu kommen. Hier wurden sie den iranischen Schleppern übergeben. Auch im Iran konnten sie sich nur versteckt und vor allem nachts fortbewegen. Wenn ich mich zurückerinnere, sehe ich mich entweder im Finstern irgendwo rennen oder eingesperrt in einem Loch sitzen. Der Fluchtweg durch den Iran führte über Teheran, wo er und seine Freunde mit anderen Gruppen in eine Unterkunft gepfercht wurden. Es war sehr mürbend. Der Raum war fensterlos, die Tage verstrichen. Ich verlor jeden Zeitbegriff und fast die Geduld. Doch irgendwann ging in der Nacht das Licht an. Es ging weiter an die iranisch-türkische Grenze. Wir waren bereits sehr erschöpft, aber zuversichtlich. Wir dachten, das mit der Grenze in den Bergen, das kennen wir schon. Aber auch diesmal irrte Davud. Der illegale Grenzübertritt war schwieriger denn je. Es war bitterkalt. Wir saßen zwei Monate dort oben fest. Wir waren wie in einer Falle, denn wir konnten weder vor noch zurück. Auf der einen Seite waren die iranischen Grenzsoldaten, die auf alles schossen, was sich bewegte. Auf der anderen die türkischen, die ihren Kollegen in nichts nachstanden. Das Gebiet, erinnert sich Davud, war stark vermint. Jeder Schritt konnte der letzte sein. Rundherum lagen Kadaver. Es waren meist Pferde, aber auch Menschen, die erschossen worden oder Opfer anderer Gewalttaten geworden waren. Der Weg lag an einer berüchtigten Schmugglerroute. Waffen, Drogen, Alkohol, Menschen. Hier wurde alles illegal über die Grenze gebracht. Aufgeatmet hat Davud erst, als sie die türkische Stadt Wann erreichten. Doch zum Verschnaufen war keine Zeit. Die jungen Afghanen wurden bereits in Istanbul erwartet. Ihr Schleuser pferchte sie mit weiteren 90 Flüchtlingen in einen Lkw. Einmal in der Stadt am Bosporus angekommen, wurden sie ausgesondert. Wer genügend Bargeld bei sich hatte, konnte die Reise fortsetzen. Die anderen wurden in eine Art Verlies eingesperrt. Auch Davud. Eineinhalb Monate harten er und seine Freunde aus. Solange bis sein Onkel aus Australien die verlangten 3000 US-Dollar überwiesen hatte. Bezahlt wird immer im Voraus. Jede Grenze hat ihren Preis und jeder Schlepper hebt für sich ein. Was sie verlangen, hängt ganz von ihrer jeweiligen Verfassung ab. Das ist reine Willkür. Bis zu seiner Ankunft in Italien hat Davud viermal bezahlen müssen. Mehr als 13.000 Dollar. Das entspricht umgerechnet 12.000 Euro. Verstört durch die Brutalität ihrer Schlepper beschlossen Davud und seine Freunde, sich auf eigene Faust durchzuschlagen. Jemand hatte ihnen von der Gegend rund um Izmir erzählt und von der Möglichkeit, mit einem Boot die nächstgelegene griechische Insel zu erreichen. Davud und seine Freunde waren wie elektrisiert. Von dem Gedanken, bald europäischen Boden betreten zu können, damit gerettet zu sein. Sicherheit, das war es, was sie mit dem Namen Europa verbanden. In Izmir angekommen, legte die Gruppe ihr Geld zusammen, rund 800 Dollar, und kaufte ein Schlauchboot. Die Schlepper, ohne die sie auch hier nicht auskamen, brachten sie an die Küste. Sie rieten ihnen, erst nach Mitternacht hinauszufahren. Denn in der Nacht gäbe es weniger Kontrollen, mehr Sicherheit nicht entdeckt zu werden. Die Überfahrt dauerte zwischen zwei und bis maximal drei Stunden. Dann überließen sie die Jugendlichen, die nicht mehr genügend Geld für Schlepper hatten, ihrem Schicksal. Wir schaffen es in zwei Stunden, machten sie sich Mut. Doch die bergkundigen Afghanen hatten das Meer unterschätzt. Wind kam auf und innerhalb kürzester Zeit verloren sie die Orientierung. Der Wellengang wurde immer höher und das kleine Boot trieb hilflos umher. Als die Sonne aufging, waren sie irgendwo auf dem offenen Meer. Die wenigen Wasservorräte und der kleine Proviant waren bereits konsumiert. Bei Einbrechen der Dunkelheit waren die Verzeiflung groß, erinnert sich Davut. Zehn Monate waren sie bereits unterwegs gewesen, hatten Kälte und Hitze getrotzt, hatten gehungert, kaum geschlafen. Und jetzt? 48 Stunden waren sie bereits dem stürmischen Mittelmeer ausgeliefert. Da schwappte plötzlich mitten in der Nacht eine riesige Welle über das Boot. Als sie sich zurückzog, rieß sie Davuts besten Freund mit sich. Ich hörte ihn nur schreien, konnte nichts von ihm sehen. Der Himmel war bedeckt, ich konnte kaum meine Hand vor den Augen sehen. Fast jede Nacht hört Davut seither die Stimme seines Freundes im Traum, hört seine verzweifelten Hilferufe. Minutenlang drang seine Stimme durch den Lärm der Wellen zu uns durch. Helft mir, helft mir, schrie er. Aber wir konnten nichts tun. Dann wurden die Rufe leiser und hörten plötzlich ganz auf. Davuts Flucht dauerte noch mehrere Monate. Heute ist er anerkannter Flüchtling in Italien. Da bekommt der Wunsch nach frohen Weihnachten, glaube ich, eine ganz, ganz neue Bedeutung. Frohe Weihnachten.